mal leute herzlich willkommen zu einer neuen folge roblox sag mal den namen ich sage aber jetzt trifft den k zusammen mit kai ja auf der muss ich bin jetzt hier trobo christin rs also haben mich in aua mein finger knackt kennst du das wenn man die finger wehtut und man muss knacken wo er ist ja das ist so nur ist es ist drück mal hell helles licht das sieht einfach genau gleich aus nur das ist einfach nur anders herum das ist einfach nur anders herum alter wie ich gut lüfte hast du es gesehen was das ist doch anders hier ja aber sie fast so aus wiegt wie die gleiche rennstrecke fast hab ja nur sagt fast leute aber mal und wenn du was wissen willst schreibt in den kommentar bitte bei youtube und natürlich immer ein like und ein abo da lassen ja und zwar passt die neuen folgen ja genau weil die okra sagen was leider schneller als ich zwei runden na toll ja das kann echt gut dauern leute aber in finger knacken aber man soll es ja nicht zu oft machen sonst können sie ja noch brechen nach hier im internet das tut auch wem wenn man hier knackt ja stimmt das ist ja nie gut wenn hier knackt kommt auch gerne auf mein discord server erstes link in video beschreibung diesmal nicht in der video tonne was jabu sagen würde auch mein discord link schicke ich einfach in die kommentare werbung ist verboten ich kann dich auch bahn so ist es ja auch nicht ach dann tut doch auch mal mein discord server in die bio tonne ja nee das wird ja eh nicht angezeigt oh verdammt wie viel prozent bist du schon 50 nur fünf sechs kilometer entfernt sieben ah neunzehn mir fehlen noch 30 prozent äh 40 sorry ups einfach keine mathe mehr ich wollte gerade sagen naja ich hab dich hier gerade gesehen Junge oh oh hast du mich nicht gesehen ich hab dich ganz kurz gesehen nur ganz kurz Leute ich kann keine mathe mehr äh warte das war 40 prozent warte jetzt bin ich bei 72 jetzt vorte wenn 80 dafür in 20 70 34 60 44 also ich kann doch kein mathe mehr leute ups lass aber trotzdem schon mal ein like und ein abo da ich will bald auch die fünf million abonnenten wie paluten erreichen das wird ja aber eine milliarden million dauern ja wenn wir die fünf millionen hatten äh die zehn millionen ja alter er als erstes ich zehn millionen egal und wenn ich würde und wenn ich würde mich freuen wenn man allein nur 500.000 schon hat ja oder auch 1.000 da würde ich mich auch schon mal freuen ja selbst bei 500 ja das gucken sich trotzdem Leute an was wir hier zocken ja und Roblox ist eigentlich nicht mehr so wirklich beliebt eigentlich nein nur Fortnite, Minecraft was und so weiter ich hab Fortnite auf Playstation wow Playstation stürzt gefüllt immer ab ja glaub ich yay fertig ich gleich auch 45.000 krass wollen wir gleich nochmal fahren mal gucken wie viel Unterschied oha gar nicht mal so wirklich viel los komm so komm mal jo komm mal und dann suche ich das nächste Rennen aus und dann Kai immer abwechselnd wir haben auch eine Podcast Folge aufgenommen wenn ihr das wollt schaut gerne rein wolltest du gerade rausfahren nein ich höre nur wie meine Geschwister eben Funkgerät machen und was machen sie da ja halt funken junger das auspuffframm der flammelter ach das fängt ihr jetzt schon auf das hatte mein Auspuff gestern auch gehabt du Roni ah das muss ich auch wieder gut nur einen halben Kilometer bis er entfernt kleiner Scherz in der Fun-Face warum ist es so dunkel bei mir ist es hell bei mir ist es dunkel oh shit ich glaube wir sind nicht in der gleichen Lobby hä doch hä ist bei dir hell ja bei mir ist es dunkel ah jetzt ist es hell ey es wäre es wenn es bei mir jetzt dunkel wird ach so okay dann ist es durch die Map unterschiedlich halt wahrscheinlich oder durch die PC ist es manchmal auch durch die PC ist oder hast du Laptop nur PC und Laptop ich hab nur PC oh Marlon ist noch drinne der einzige Zuhörer ja auch der Arme nur Marlon ja und nur wir zwei da noch ja wir sind ja Sprecher er könnte sich auch jederzeit zum Sprecher machen aber das macht er nicht weil keine Ahnung ja bei wie viel Prozent bist du ich bin bei 40 ich bin bei 50 also meine Geschwister haben die Alexas immer auf 5 Millionen alter was kennst du diese Alexas ja meine Geschwister haben die auf Lottstärke 5 Millionen immer Junge also auf komplett laut wie viel Prozent hast du äh 55 70 äh 60 sorry das ist immer mit der 60 und 70 ne ja also ich hab auch mal Zahlendreher nicht wundern typisch typisch Menschen haha sass sass mh solchen Weg jetzt hab ich so einen Kontrollpunkt verpasst oh ja ich bin doch durchgefahren hä hat's wohl bei dir nicht gezählt jetzt so oder wie doch jetzt so mh das hält meistens mal nicht mit gell das ist das bei dir auch so immer Junge mein Auto fährt 380 Junge ich brauch noch 10% ich brauch noch 30% blöd wie weit bist du zurück dann bei 90 oh ne dieses Auto du hast ja das Auto ausgewählt ja weil's geil ist ja wahrscheinlich nicht für Rennen gedacht ist haha ja ich glaub auch das ist eher so ein Auto zum flexen flex flex mir fehlen noch 2% ich glaub ich muss mir mal wieder meine Rennmaschine zusammenbauen und ich bin durch ich muss noch 15% ich hab 840.000 was sagst du dazu stabil so viel so das doppelte davon hatte ich wo die Lamborghinis entfernt wurden ah ok man kriegt ja immer Geld wenn die Lamborghinis entfernt wurden ach so als quasi als Entschädigung dass sie entfernt wurden und quasi ist ja noch automatisch so Geldverschwendung weil die wurden entfernt guck mal und siehst du die Reifenspuren da mach ich meine Felge kaputt wie findest du eigentlich die Felgen von meinem Auto naja geht ich weiß nicht ob die überhaupt zu meiner Farbe passen die ich auf dem Auto hab nee 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 guck mal willst du mitdriften? nee wie ich einfach vor deinemars hochgebrettet bin so warte ich darf jetzt rein aussuchen ja ich nehm jetzt mal mein Mercedes weil das ist weil das ähm du gehst auf Händler und wo kann man Autos kaufen äh wo kann man hier äh wie kann man Haus kaufen bei wo lass du Auto und Motorhändler gehen da treffen wir uns erst mal Auto und Motorrad ja genau ach willst du dir auch Haus kaufen? ja ich hab doch jetzt genug Geld ich könnte mir zum Beispiel noch ein neues Auto kaufen äh oder für 750.000 so ein großes Haus warte guck mal da sind da sind zwei Garagen ich weiß nicht wo du hin willst aber hier lang geht's warte 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 ich hab zu doll ge warte 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 ach so da oben ups und hier und dann kannst du dein Haus spawnen und kaufen und wo ist dein anderes Haus? ich muss es ja wieder spawnen ach so jedes mal musst du etwas spawnen oder so wie ja jetzt werde ich so also das eine kostet eine Million also junge alter wenn dann hole ich mir für drei Garagen was für ein Ding? 1,4 Millionen verstanden wird sie mir dabei helfen? ach weiß was ich kaufe mir jetzt ein Haus au kann ich jetzt spawn? dann gehst du hier hin drückst E und dann gehst du auf spawn ey auf E dann auf mein Haus und dann spawn ey wo bin ich jetzt hin gelandet? warte jetzt wirst du da hin 300.000 hast du noch ja ich hab den Dings ich hab den Dings verkauft welches? mit dem BMW warum? ich weiß nicht der ist irgendwie nicht so rein aber soll ich das Auto verkaufen? wie viel kriegst du? 67.000 äh 67.000 warte hier steht als Anfang 175.000 plus 67.000 lass erst mal zum Motor hier Händler Ups ach einfach Abkürzung Aua du hast geschummelt Cheater Cheatcode Alarm gell? was müsst ihr denn kaufen? ich will gucken was es da noch gibt für teure Wagens ich will ja kein Geringverdiener sein M guck mal was man für 365.000 kriegen kann hey hey boah guck mal für 1,2 Millionen ich merk grad Alter ich hab mehr Geld als du hast ja ja was will für dich hab doch auch mein Auto verkauft warte du hast keine Ahnung ach weiß was ich mach noch ein Rennen ich spare auf das Geld für 1,2 Millionen und du? ich weiß nicht was ich mir kaufe ja lass erst mal sparen am besten lasst du was? alles gut alles gut jo rennen ne neigt boah tot achso das ist nur achso das ist nur ein Haus Ups auf rennen und wir gehen auf Langlaufrennen wie immer was war das? was war das? Alka Leute einfach mit Lenkrad das wäre lustig wenn das gehen würde ich glaub das geht aber nicht ne leider wollen wir dann auf dem Notruf Hamburg spielen wir 2? können wir machen mit einer Aufnahme oder wollen wir dann die Aufnahme neu starten? lieber neu starten oder? ja ja Rums 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 du bist ja auch natürlich ein bisschen schneller jo ich hab 1 für 130.000 und du für 250 einfach einen Haushock gekauft haben wir überhaupt noch einen Zuhörer? ja Marlon ist immer noch ja also der ist echt der ist einfach süchtig nach uns ja hm also wenn der nicht abonniert hat dann weiß ich auch nicht ne ich möchte dann Beweis von achso der hat mir schon gestern Beweis geschickt also gezeigt dass er mich abonniert hat guter Mann was? äh Marlon ist ein guter Junge aber ich möchte es heute nochmal sehen Marlon dass Kai dann auch Beweis hat hm also kannst du in ein Gespräch reinkommen Marlon du geile Nudel haha Junge ist jetzt ehrlich geworden ja wenn ich ehrlich sein soll soll ich mal ehrlich sein hm ja bin ich hallo er sagt du haut zu mir geile Nudel da kann ich auch zu ihm geile Nudel sagen Marlon war gestern bei Gammerist Rinder ich war dabei gestern Junge mein Mercedes hat sich festgefahren ha 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 dein Mercedes hat dein Mercedes mag dich wohl nicht mehr dann verkaufe ich den für 88.000 ja dann mach doch tiefer gegangen was für ein Ding tiefer gegangen habe ich gehört einfach schwester im Hintergrund stimmt´s Marlon? du kannst beten marlon so bin ich da ja du hattest mir deine schwestern gehört ach das war lustig aber für 54.000 pro mal pro sieben mal also ich bin bei 80 prozent jetzt ich habe geschwister meine schwester ist schon im bett das waren die zehnjährigen ja man hat gehört mit dem kleinern was ja die sind aus versehen falschen dings dings gekommen ja was dings die haben so einen raum gewechselt 50.000 wenn ich jetzt 50.000 mal sieben machen leute so viel kann kein motto 50.000 mal sieben das wäre 350.000 das was ich habe da machen wir fünf 50.000 mal 100 einer weiß wie viel das ist eine milliarden wenn ich 50.000 bei langlauf rennen bekomme gell und ich wird 100 mal noch fahren dann habe ich fünf millionen krass das müssen wir mal als challenge machen ja als erstes die 1 million hat oder wie ne die fünf millionen oder 1 million also naja leute ich beende jetzt die aufnahme ich gehe schon mal nutruf hamburg rein der kai kommt auch gleich der fährt nur das rennen noch zu ende und wir sehen uns leute das kriege ich auch gut hin ich fange auch jetzt noch an die gammeres komm hoch hast du verlassen also ne maler nester ups bist du wieder da ja du geile nudel meine geschwister gehen jetzt auch ins bett aber ich noch nicht okay du gehst erst in 22 uhr hier schon mal raus weg ja und dann tue ich eigentlich glaube ich höre ich dann einfach unseren podcast oder oder kann ich den podcast schon mal hochladen jetzt das ist ein paar anhören kannst pünktlich da kommt zu machen ok leute das war es jetzt mit diesem video lasleih und ein abo da zes Discord server ist meine video tonne video beschreibung tschüss tschüssi